Hallo meine Freunde der wissenschaftlichen und teilwissenschaftlichen Tests. Ich bin wieder zurück in Outlast Trials und wie versprochen auch einen anderen Deppen mitgebracht, der sich jetzt vorstellen darf. Oh Gott, also ja, ich bin der Logan. Ich bin der Dude, der hier in diese Wahnsinns hier reinbringt und wir versuchen hier irgendwie zu entkommen. Ob wir Sneaky schaffen, ist das in der nächsten Folge, aber ja, ich werde ihn dabei unterstützen. Also ja, ich bin bereit deinem Knackarsch zu folgen. Dein Charakter wird ein Knackarsch, Alter, was ist das? Ja, warte, du bist ja älter wie ich dachte, du bist in einer anderen Welt. Hallo netter Sicherheitswächter Typen, wie geht es Ihnen? Ich würde die ganze in die Scheibe klopfen, sagen, was soll das, bitte schön. Lass mich da raus. Let me out. Ich finde es auch schon, dass überall wieder Blut ist. Ja. Oh, wir gucken wieder Fernseher. Let's go. Yeah, Fernseher. Oh Gott, wir sind die Verdichter. Oh Gott, wir sind die Verdichter. Mord. Das gefällt mir doch. Oh Gott. Jetzt wird's. Oh no. Oh, da war der Verräter. Das Snitch. Warum zum F*** elektrisiert der eine Bruder sich seine Eier? Ich weiß es nicht. Nein, let's go. Ah shit, here we go again. Oh nein, sie haben einen nicht schwarzen erschossen. Wie können sie es wagen, Officer? Guck mal, was ich hier habe. Ich habe Medizin für die Heilung. Er hat Drogen. Und er klopft einfach die Tür ein. Das ist how we do it in Germany. Okay. Sagt der Army. Vor allem. Yes. Okay, als bei so einer Leute nicht in den Näher gehen, die greifen nicht an, sonst. Kann ich ihm eine Glasflasche in den Kopf schmeißen? Das kommt ruhig, wenn du das möchtest. Ich weiß nicht, was ich hier drauf. Das ist jetzt wirklich gemeint, oder? Oh f***. Nimm Logen! Die Wien! Die Wien! Die Wien! Schwieß! Jetzt will ich wieder dich angreifen, ne? Ich meine... Irgendjemand hat uns schon gesehen. Irgendjemand hat uns schon gesehen. Aber von wo wir sind. Von wo von. In dieser Sound kommt. Ich weiß nicht wo, aber wenn dieser Sound kommt, dann bedeutet es dir, man hat uns gesehen. Ich weiß aber auch nicht von wo. Also ich... Ich weiß nicht was... Hä? Lass mich rein! Guten Tag. Ah! Ich sehe jemanden. Oh, je, glaub mir. Ähm... Oh! Warum ist das auf mich? Warum ist das auf mich geflogen? Nein! Du bist doch so ein Bastard! Oh nein! Nein, der ist jetzt zwar einfach sauer! Wie, Scheiße! Guten Tag! Ah! Ah! Wie geht's? Also ich geh hier raus. Weiß nicht was du jetzt vor hast. Ich versteck mich mal am Spind! Oh, leust du doch hier! Geh den anderen Spind! Nein! Nimm den anderen Spind! Geh den anderen Spind! Kann ich dir irgendwie helfen? Ich weiß nicht, aber irgendwie... Mach das ja kaum Schaden hier! Au! Was? Au! 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 Nein! Nein! Du bist doch so behindert! Ich glaub der Bruder ist wirklich sauer! Ja! Ja, mach noch mehr Lärm! Sag ihm genau, wo wir sind! Das ist nicht Dead by Daylight! Das ist für mich Dead by Daylight, wenn die Übung... Opsch! Oh, oh! Ähm... Ich hab kein Versteck! Ich hab kein Versteck! Ich hab kein Versteck! Ich bin gar nicht da! Oh, du hast einen Hinweis gefunden! Oh, hörst du das? Ja, 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 ja! Wie, wie, wie? Wie sieht der? Oh, boy! Oh, boy! Also... Au! Ah, das ist... Au! Ich glaube, er ist nicht so glücklich über dich! Ich wünsch dir mal viel Spaß mit dem Bruder! Okay, wir waren sneaky, hab ich gehört! Okay, gut, ähm... Sehr sneaky! Sehr verzählt sneaky! Ich fasse lustig, weil ich... Oh mein Gott, ich sehe Slenderman! Ich sehe den Jits Slenderman! Du siehst ihn wahrscheinlich nicht, aber ich bin komplett hier... Py... Pyptonisiert... I see stuff! And it's not good! Hast schon wieder zu viel gekifft! Mein Charakter, ja... Mir ist grad jemand zu... Ich hab' immer noch... Ich hab' immer noch dieses... Schreckenden Slenderman in meinen Gedanken... Hilfe! Da ist er! Genau vor mir! Und jetzt ist er grad zu mir gejumpt! Ähm... Du wirst später sehen, was ich meine! Denk ich! Ich hab' Sorge! Wenn ich solche Aussagen höre! Oh! Au! Au, bist du behittert! Hast du Schaden genommen? Nein, schmeiß' mir aber keine Flasche ins Gesicht! Loken, komm mal hierher! Ich bin da, wo ich hingehöre! Im Müll! Ich bin da so geil aus, wie du reinguckst! Wie du von uns reinguckst! Wie du von uns reinguckst! So, hallo! Oh, guck mal! Oh, da ist er wieder! Also ich seh' da hinten ne Batterie, die ich haben will! Ich bin schon mal den Verräter weg! Oh, oh! Oh, es ist dunkel! Ich bin nur entschuldig, ich weiß nicht! Ich kann nicht weiter... Ich kann nicht weiter... Oh, ne, jetzt sind wir wirklich in DBD! Starte die Generatoren im Keller! Ja, wirklich! DBD ist am Start! Es geht im Pornokiller runter! Oh! Hi! Dich hab ich nicht gesehen, ich wär' fast über den Bruder rüber gelaufen! Vor allem, wie er sagt so, fuck off! Ja, 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 entspannen Sie sich, junger Mann! Wir verpisst uns schon von alleine! Oh, mein Gott! Was? Okay... Nein, Sender, man war nicht, nein, 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 das hat mich tatsächlich bekommen, ey! Oh, wie Gott, denn! Da hat so viel Medizin! Ja, ich hab' dafür den Batterien, macht mich sehr glücklich! Ah! Hallo Stromfunke! Also, ich weiß nicht, auf was du zeigst, bei mir ist da nix! Ja, du siehst ihn eigentlich. Okay, viel Spaß. Oh, hier wird es lustig. Hier wird es lustig. Es kommt jetzt schon jemand auf mich zu. Ich mag diese Tür. Oh! Ich bin nicht da! Ich bin gar nicht da, Alter. Oh, what the fuck, warum kommen jetzt Gegner von zwei Seiten? Ich bin nicht da! Ich bin gar nicht da, Alter. Ich mag das, ich eigentlich nicht atme nicht. Alter! Bist du dumm? Nein, bist du behindert? Was? Speist doch keine Flasche dort, wo ich bin! Ich glaube, wir haben schon den Titel für das Video. Wir ver... Wir verkaufen uns. Ach, wir sind sicher. Uns wird keiner erledigen können. Bist du sicher über das? Bist du sicher über das? Ah! Aua! 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 Ähm... Oh Gott! Aua! Oh, what the fuck! Wo kommt der Bruder denn her? Ich glaube, der will mit dir kuscheln. Und dass ich durch Wände gucken kann. Was, Gaskanister, missing? Habt ein Gaskanister den ganzen Tag mitgenommen. Er hat dich gehört. Er hat dich gehört. Er kommt in deine Richtung. Der hat mich doch safe nicht gehört, der Junge. Oh, du bist das. Wait, wo sterbst du mich? Ich stabbe dich gar nicht. Hey, doch, du bist genau neben mir. Nein, ich bin gerade am... I swear to God, dein Kracker war gerade neben mir. Und hat mich einfach gestabbt. Also, ich will es ja nicht sagen, aber... Ich bin auf einer anderen Seite. I swear, da war gerade der Kracker mit deinem Namen darüber. Und hat mich einfach gestabbt. Ich bin einfach so... Ich dachte so, hey, Julian. Und dann zack, war ich einfach... What the hell? Fuck! Den da, den da, den da, den da. Scheiße! Da so ein weird dude im Schrank so... I can't. I just can't. Dich, dich, dich und dich. Nein, 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 nein! Au, 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 Hilfe, Hilfe, Hilfe... Oh Gott! Oh Gott! doch die Verschüsse Tür schießt was machst du eigentlich für ein schönes Zeitkurs zu trinken ich will in der Autor aber ich bin der Fosswert mit dem einen Generator und dann kam der bestimmt ne ja aus der einen Elektrizitätstype ist richtig sauer auf mich das richtig pisst auf mich, das richtig anvisiert was hast du getan auch jetzt ist es bei mir es ist auch das, dass ich den Generator angemacht hab ok, der ist wieder weg von mir nice ein Generator ist gemacht wir können wieder raus meins ist nämlich auffällig Lauf doch nicht weg ohne mich Fun Fact, er läuft gerade hinterher das ist gut ich bin schon raus ok, musst du mir kommen oder du möchtest sterben ähm wenn ich Glück habe, habe mich erfolgreich geloopt, wenn ich Pech habe, habe mich gefickt ich komme zu dir ich glaube, ich hatte Glück was wirst du tun, kenne die Polizei um ehrlich zu sein, ja, ich überlegs mir die Polizei anzurufen, wenn ich hier aus diesem Irrenladen raus bin Alter, Alter, du bist so ein Spaß, du bist so ein Spaß, er ist so in der Nähe du bist so ein Spaß, Alter Lalalala, komm, 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 schneller, 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 schneller streng doch an, Jungs jetzt fühl ich mich zehnmal sicher ich fühl mich jetzt zehnmal sicher die Frage ist, wie lange das da halten wird naja naja, ist besser als gar nix ich weiß, du hast es nicht ich weiß, du hast es nicht ich hab's nicht ich hab's gar nicht mehr gerolte und würdest du die Ehre machen, den Dude weiterzuschieben irgendwie nicht, es klingt so verdächtig, wenn du mich das fragst ich will, ich will nichts, du willst du willst, du willst ich will nichts, du willst ich will nichts, du willst ich will nichts ich will nichts du willst ich will nichts Information hätte ich gerne du schläufst voraus Habe ich jetzt entschieden Wacken Wacken ich bleibe es durch die die Leidenschaft war angekündigt und so hat die rechten Abstand zu mir ich schieb den Veröffentlichen aus Verständnis okay wir müssen Leichen durchsuchen tatsächlich Mauer müssen hierfür den Schiss im Herzen du finden der so eine Herzen wohl auf sich hat auch für schön bringen es geht so ist es beginnt aber auch Spaß Guck mal der hat ein Herz okay dann kannst du die Herzen um hohoho lecker 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 keine mehr mehr Geld und die vier Blöcke doch jetzt darfst du wieder ein bissel schieben ja ja komm du weißt du kannst ihnen nicht wo 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 hinst du jetzt schon wieder hin der Dude kommt wieder raus, der Gas Dude ich kann schön brav mitkommen jetzt sind wir auf dem Hutsch die weiter schieben oh no 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 das ich sehe den fake den du vorhin gemeint hast NEIN GEHWEK 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 Logan! Logan, tu doch etwas. Bei mir ist noch ein Gegner. Kann nichts machen. Bei mir ist gerade derselbe Gegner. Ich stehe hinter einer Stütze. Ah nein, ich werde vergast. Oh, fucking. Hell, 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 hell. Logan, Logan bitte, Hilfe, Logan. Ja, wo wirst du? Ich renne grad weg. Hinter mir müsste irgendjemand was herlaufen. ob man bei sie sind niemand aber gut läuft sehr komisch auf jeden Fall okay hinzutief die Hälfte dein Kopf und Rettbewerb nicht hingegen er hat eine psychose weißt du und hatte wieder ein Slenderman am Start aber auch ob das nicht jeder leicht ist sonst wirst du wow du hast so Glück oh my god was so glück oh my god damn dass das denn der richtige Leiche war ne ich will hier rein oh my god oh my god oh my god oh ne ich schubier diese Bohne hin die Bohne ist bei mir die Bohne will mich nicht die Karte von hinten er will gleich wahrscheinlich wieder hinter dir wir brauchen jetzt einen pinken Schlüssel hast du einen? ja nutz den nutz den nutz den natürlich habe ich einen pinken Schlüssel sehr gut ich glaube ich habe schon mal provisorische Umwege au 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 der hat mir einen Ohrfeil gegeben ich bin aufstehen geblieben er ist weitergelaufen ich bin aufstehen geblieben er ist weitergelaufen ich glaube es ist ein T-Rex er sieht fast gar nichts er hat mich gerade direkt angeguckt ich bin aufstehen geblieben er ist weitergelaufen aber den letzten Fokus und michael was soll das nein das auch nicht die richtige hier liegen viel zu viele Leichen rum hier liegen viel zu viele Leichen rum der Hausfassungsgeräusche Aua 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 Mar высок Wollte er dir表示 wiveslendermann dumme Sache euch haben gegen mittel Slenderman ich bin's blutig ich bin richtig blutig Alter ich habe richtig die Periode ich habe Ziegelsteine Ich habe erhöhte Gewaltbereitschaft. Es hat funktioniert, habe ich getroffen. Ich habe mich getroffen. Ich hatte Kassel nur einmal nicht reingeknallt. Ja, ja, bitte. Beruhigen Sie sich einmal, junger Herr. Ja, ja, dann soll er mich halt umbringen. Wenn schon innerlich tot. Oh, wir dürfen grillieren. Ja, genau, bring ihn doch zu mir mit. Du fucking Lappen, Alter. Ich hatte keinen Gefolge. Oh, da ist er! Oh, jetzt wird es intensiv. Jetzt ist es richtig intensiv. Wir müssen jetzt nämlich den Dude elektrisieren. Nur so gehen, wenn wir. Ja, super. Ja. Hinter mir ist übrigens ein kleiner Gast. Oh, hi! Au! Kannst du bitte rennen? Ja, ich bin gerade verreckt. Das ist, warum ich den hasse. Weil der immer so unpredictable ist. Au! Au! Aua! Aua! Ich habe ein großes Aua. Aua! Komm! Oh mein Gott, was passiert? Alter! Oh mein Gott! Ich wollte gerade ein richtiges Handeln. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, er ist tot! Ich bin nicht, du ein bissl tot, Alter, jetzt musst du für uns beide gewinnen. Oh mein Gott, ich bin nicht, ich bin nicht! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht! Ich bin nicht, ich bin nicht. Sehr gut gemacht, Logan. War also die Prüfung? Okay. Ähm, es muss sicher rauskommen hier. Sicher ist aber andere Warten mal hier sind wir. No. ich kann dich verhüben! Ich kann dich verhüben! Paz, Alter! Schön in sein Gesicht! Was? Sonst wäre es ja zu einfach. Ich sehe schon. Alter, einfach einmal Röntgenblick hier. Wuh! Goddamn! Leider ohne Yuya! Ah, Alter! Hande scheiße! Bei mir steht D plus! Da, Alter! Aber ich hab Geld! Money! Ich find' schön! Mein eigener Kanz auf F! Ey, wie brutal! Ey, dann bist du ja wieder! Wenn du da nimmst! Du bist kopfledig obsessed mit diesem Fernseher hier! Mind you! Ich hab' das gesehen! I'm scared! Das glaub ich dir! Du bist ja komplett brutal zugeschlagen! Ey, ich hab' das gesehen! Ich hab' meine Fähigkeit aktiviert, dass ich durch die Wände gucken kann! Ich hab' gesehen, wie der Dude einfach auf dich! Ey! Ey! Ich hoffe, dass du es aufgenommen hast! Oder wirst du mir angucken können! Ich hab' nur das Audio aufgenommen, Alter! Oh, egal! Aber es ist doch so gut, dass sonst... Wer war das überhaupt? War es dieser Riesen-Dude? Oder war es jemand anderes? Das war der Riesen-Dude, Alter! Das war richtig! Dankeschön! Ich hab' die Hände! Wenn du hier bist, kannst du dich auf den 20. Jahrhundert finden! Es wird ein Jahrhundert sein! Ihr fern schön, dass sie jetzt überall das F präsentieren, auf jedem Display, das sie finden, ey! Ja! Also, Leute, ich würd' sagen, das war's jetzt mit diesem Video! Wenn's euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da! Wenn euch Logan gefallen hat, lasst für ihn einen netten Kommentar da! Damit ich ihm die zuspammen kann auf Discord! Und auch sagen, bis zum nächsten Mal! Peace out!